Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Wunde, The Crew, mit unserer Crew, den McManus. Hi Leute, den Deco. Hallo. Und den Sachsen-Lisplayer. Hallöchen. Und Craps. So, wir müssen hier mal Missionen annehmen, jetzt, wenn die mit dem Offroad Lamborghini... So, komm, ich mach mal hier Missionen, Crew, Co. Auf geht's. Auf dem Körper. Ja, los, auf den Körper. Ja, gut, glaube ich. Auf den Körper sollte man eine Flasche von den Biere schütten. Die Sochen hat gepickelt. Auf 25 für Gold, das liegt sehr gut. Oh, 17, nice. Oh, zerstöre Cam's Lieferwagen. Schon wieder, das kriegen wir doch schon wieder nicht hin. Ach, gut. Komm, jetzt im ersten Anlauf, letztes Mal ist Tino rausgeflogen. Ui, ui, was ist das denn? Das ist übrigens, ähm, den Wagen, den... Ah, der Mustang, der Fastback, der Fastback oder der... Hast du den, Scraps? Nee, nee, den, äh, Sachse hat er, den Mustang. Zerstör die Pakete, bevor seine Jungs... Der Rallye-Mustang, der hat was, der sieht echt fett aus. Ah, der Mustang sieht ja richtig geil aus. Wir müssen jetzt aber keinem Fahrzeug zerstören, sondern die Pakete, die auf der Straße liegen. Ach, du Scheiße. Leck mich doch, es sind doch so viele. Wie viel müssen wir schaffen? 260. Da sind ja immer mehrere Kisten, ne, die da liegen, ne? Ah, verfehlt. Dann. Das Ding lässt sich ja genial steuern. Ja, also hier auf dem Dreck, aber es sind halt... Oh, Junge! Es geht ab. Ready out. It's Friday, party hard. Wie viel haben wir denn schon? 21. Okay. Wir haben natürlich auch sehr viel Zeit, ne? Ich räume mal hinter uns ein bisschen auf, ne? Drei Minuten sind das nur. Ja, du musst alleine, musst du 80 schaffen. 80? Ich hab 5. Oder so. Ne, wenn du jetzt alleine spielst, musst du 80. Es sind ja auf einem Stapel sind aber immer mehr da, deswegen. Äh. Ach so, das... Halt es mal auf, was der dafür Ventilatoren hin... Hier kann man ja noch spreddern, ey. Volles Rohr. Der hat so komische Ventilatoren auf dem Rücken. Ist euch mal aufgefallen? Hinten drin? Hat er so komische Ventilatoren drin? Ne, das sind die Kühler von dem Motor. Also die Kühler für die... Kühlflüssigkeit. Die Kühler für die Kühlflüssigkeit. Naja, der hat halt die Kühler hinten drin. Kennst du das noch nie gesehen, sowas? In so einem Auto, nein. In der Konstellation, nein. Gibt's vom VW. Richtig krass. Wo sie hier dieses, äh, Dakar fahren. Von Paris nach Dakar. Die sehen auch so geil aus. Ferti Dakar. Hm. Noch zwei Minuten und wir haben... Passt die Hälfte. Ja. Nein, noch nicht mal... Weiß es wirklich zwei Minuten war. Wir haben noch nicht mal ein Drittel, also... Ach so? 260 von 310 Kisten? Ach so, ach so. So viele sind insgesamt. Dann räum ich echt mal hinter uns auf, ne? Ja. Ja, also definitiv. Dann hört man hier nicht so viel aus. Ja doch, ihr geht nach vorne, halt. Ich hab hinter uns schon einiges weggeräumt. Du bist nur Gold, du Sack. Ja, das wird sein. Ich muss hier viel weitere Strecken finden, weil da viel größere Strecken zwischen sind. Oh Gott. Mist, das zählt nicht mehr. Das ist die Hälfte. Die Hälfte haben wir. Sehr schön. Boah, der Menni, der macht ja eine Kiste nach der anderen Blatt. Alle sind hier hochkonzentriert, keiner sagt was. Ja, man muss ja auch... Ich hab grad vom Kühn angegriffen. Sauber. Eine Minute noch. 160 noch 100 Kisten in einer Minute. Ah, gescheiß, das ist heftig. Und wir haben das Gefühl, dass wir das nicht schaffen. Komm, Craps, gib alles. Ich geb schon, ich geb schon. Ja, das ist ja echt trefflich. Aber wir sind so viele Kisten aufeinander. Wir kommen hier 200 Kisten, haben wir schon über 200 Kisten. Wir müssen da irgendwo noch mehr sein, ist ja gar nicht. Äh, wir sind ja noch ein Stück zurückfahren. Hinten kommen keine mehr, kann da sein. Ich müsste dann wieder ein Stück zurückfahren. Scheiße. Das wird auch nix. Hier sind echt extrem... Hier sind echt viele. Glauben wir auch nicht. Nee, auch, da hinten sind ganz viele. Ne, weiß ich, das sind aber auch ganz schön weit von entfernt. Ah, da hinten sind aber echt ganz viele. Wie viel hat man jetzt? 240, glaube ich. Das heißt, sonst haben nur 20 Kisten gefehlt. Ja. Ich räume einfach immer hinter uns auf und ihr fahrt einfach durch und am Ende sind ja extrem viele. Waren am Ende jetzt so viele? Ja, ja, ja. Am Ende waren extrem viele. Dann können wir ja überspringen. Oh, eben hatte ich noch ein Blau, aber ein Orangeschluss. Oh, ich hoffe, ich habe bald jetzt... Ah, jetzt habe ich den Silber nun sehr schön. Mhm. Vor allem, weil die Kisten dadurch auch natürlich zerstört sind, dass wir da durchfahren, ne? 160 ist natürlich eine echt eine ganz schöne Hose gemacht. Ja. Ey, macht ihr auch mit, oder was? Ja, ich mache den Pfarrer noch hinter euch auch. Ja. Okay, jetzt geht es los hier. Jetzt gehe ich ja mal eine schöne Runde rum. So, gut. Die haben wir anscheinend alle. Das war keine Kiste. War zwar rot, aber das war ich. Oh, das war ein ganz schöner Haufen aufeinander, ne? Durch den Tino oder durch über das. Alter Schwede. Komm hier, ums, 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 ums Drift, ums... Windrad. Windrad. Och, Randy, warum bist du so ein Bleppo? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ein Bleppo? Da fährt er hier schon über 200 in mich rein. Ja, ja. Das bringt uns ja übelst voran. Wir haben schon nicht mal 100 Kisten, nur noch eine Minute und, ey. Das ist schon wieder Kacke. Scheiße. Ah, den habe ich auch echt gut. Alter, hier kommen ja ewig keine Kisten. Was ist denn hier los? Dann war es was falsch. Vor allem, wer hat diese ganzen Kisten hier so fein säuberlich aufgestellt? Das frage ich mich auch. Weil am Ende sind echt viele Kisten auf einem Fleck, ne? Hier in dem Dorf zum Scheiß. Hier verdrehen die schon rum. Das ist echt schwer, ey. Komm, no, jetzt schaffen wir es aber. Da sind immer richtig schön viele auf einem... Ich habe bestimmt 10 Stück... 10 Stück mit einmal geholt. Jetzt noch mal 3 Mal mit einmal. Noch mal 3 Mal mit einmal. Oh, ich kriege ja gerade das Auto da nicht gut reingelenkt. Nicht hier ist denn da hier kann man gut durchführen. Oh, hier ist eine schöne Gasse. Hallo, sagst du? Das ist meine Gasse! Das Ding piept sogar beim Rückwärtsfahren, ne? So fett ist das. Brauchen wir ja auch. Als Frau. Oh, wir brauchen... Oh, schnell noch 5 Kisten, noch 5 Kisten. Oh, hat sie! Oh, sehr schön. Ich habe jetzt gerade 5 Kisten mit einmal. Die standen da so rum. Das hast du noch 10 Sekunden. Geht's jetzt zu 30. Wird doch gut. Und Bronze, aber ich... Oh, Stufe 30. Und, und, und? Oh, das ist 24 erstmal. Das ist nice. Also Bronze. Und, 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 und. Och, Bronze. Sammeln. Das ist wieder billig hier, ey. Ach, nein. Jetzt 40. Du hast 82, 66, 58, 54, 54. Also, Krabs hat am meisten so gehört. Weihnachtlich, yes. Krabs hat die meisten, stimmt. Wurde auch 86, 85, 54, 54. Warten auf Cool, leider. Was? Was? Was ist der Krabs, war? Tina hat jetzt erstmal einen Film. Nach dem Umfahren, das kann ich. Nach der Filmsequenz. Ja, da habe ich dich auch. Film. Oh, jetzt sehe ich auch was. Na, stimmt ja, du hast ja einen 40er Film. Oh, das macht man. Etwas. Oh, oh, oh. Oh, ich darf schon wieder weggehen, so vor folgenden Tag. Hui. Das war gerade ein Rallye-Fahrzeug. Ja, ja. Das ist wunderbar ein Fahrzeug. YX-TRO. Ist er mit zum Rallye-Tino? Also, entfieh dich in der Verantwortung. Gott, wir machen. Scho, Coburn ist doch dieser FBI-Agent, den wir jagen, oder? Ja. Aber wir müssen noch nicht nach Las Vegas, wir müssen noch in Miami bleiben. Ist noch ein bisschen weit. Ja. So, mit 63 Kilometer. Oh, ich melde mich. Nee, in Miami müssen wir noch Missionen erfüllen. Da lädt die, der oder die lädt uns dann schon ein. Ja, der redet ja gerade. Oh, Entschuldigung. Eigentlich ist querfeldein mit dem Geländewagen besser wahrscheinlich, oder? Das sind wir echt keine Zorn. Das hat Tino ja nicht markiert, frage ich mich gerade. Wieso hast du denn den Tino markiert? Automatisch. Hm, mach das erst mal weg. Ja, ich wollte gerade sagen, markieren wir die Missionen. Ich dachte gerade schon, hä, warum geht denn das jetzt? Das Problem ist, ich habe jetzt zum Beispiel noch eine Mission in New Orleans. In New Orleans? Ja. Da unten nur. Ja, da fahren wir doch gerade hin. Ach, da sollen wir hin? Ja. Sonst was anderes haben wir hier nicht mehr. Nö. Müssen wir da hinfahren. Fahre wir da hin. Auf geht's. Auf nach New Orleans. Mir wird Luftlinie angezeigt, weil ich mit dem Ding überall hinfahren kann. Mit dem Rallyewagen, ja. Okay, dann fahre ich mal hinter dir her. Alles klar. Ich habe zwar einen Geländewagen, aber Geländewagen kommt wahrscheinlich auf Offroad auch relativ gut zurecht. Aber auf der Straße schafft er eh nur 200, also. Wieso soll ich durch den Wald fahren, verdammt, ich sehe nichts. Ja, bitte? Das heißt, einfach nur gnadenlos von mir weg. Oh, ich bin hier wogegengefahren, ob es sich gemäht. Ah, das ist schön. Ich glaube, Rallye-Fahrzeuge sind besser geeignet als Geländefahrzeuge hier. Mein Auto jumpt hier hin und her von der linken Seite auf die rechte Seite. Also die Gelände ist ja, wie soll man das sagen? Hast du schon Rallye, Craps? Ja, das ist der Rallye-Wagen hier. Ach, du hast schon Rallye? Das ist der, den ich hier fahre, den Dicken. Da brauchst du mich ja nicht wundern, ja. Und ich fahre hier auch durch so einen Wald und denke mir so, okay, mein Auto pollert von links nach rechts, Baum, Achtung, oh, voll, na, gut, toll, wechseln. Wenn wir hier auf der Straße sind. Uiuiui. Ja, Straße hätte man auch fahren können, aber ich fahre auch gerade einfach querfeldein. Oh, da kommt eine Highway, kann ich auf den Weg hoch oder so? Musst du sogar. Muss ich sogar, ja. Fahre ich auf den Weg, ich habe Sachse. Sachse ist, dürfen wir jetzt auch gleich demnächst von der Seite lang kommen. Dann habe ich eventuell hier sogar über, oh, nee, hier kommt der Highway, verdammt. Und ich bin unten, aber das sind die Bahngleise, ich fahre auf den Bahngleisen lang. Freilich mal auf den Highway, Baby. Hier kommt der Highway ja runter, sehr gut, dann kann ich hier mein Auto switchen. Jo, der Korver hatte ich auch gerade etwas Probleme. Na, da kommt rein die. Hallo. Wie zu viel Verkehr hier. Ja, und hinten vor, hinten rein gerast. So, schnell das Auto wechseln. Ja, jetzt bin ich hier im Dreck genommen. Muss ich erstmal wieder mein Auto dreckig machen, oder was? Das hat auch gepasst, ey. Nach falschem. Wohin, du hast jetzt eingeschleppert. Ja, ich komme jetzt hier hier. Oh, jetzt kommen da von denen angeraseter Crabs. Oh, gegen den habe ich ja überhaupt keine Chance mehr. Siehst du weg mit einem... What the fuck? Scheiße, Mann. Ich habe nicht ganz durchgepasst. Renny und sein Batmobile, ey. Gar nicht. Na, warte, halt mal an, halt mal an, halt mal an. Wie, halt mal an? Du schießt doch. Ja, halt mal an. Mitten auf der Autobahn kann man das schon mal machen. Jedenfalls im Spiel, ja. What the heck? Oh nein, 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 nein. Spätmobile, oder nein, 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 никогда nicht mehr... Oh, nee, nein, 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 Alzheim, fast MIX, ja. Es ist nur ein es ist eben für mal an, war es heute schon mal an. Sicher? causes Sie morgen hier, wenn wir wievielvielfielfiende angeneinander ist es gibt das denn. Robert GmbH, hätte auch gar nicht sorgt. Ja, aber Performance hat das schon, Performance das schon nicht mehr Serie, und performance ist ja schon nicht mehr Serie... Ne, es ist richtig, aber ja. das ist aber Platz machen der Akzeptanz so bis so weit er wird gehen nur für uns würde meine Hube der lieber und so auch größer den Superstart erwischt wenn die Brauchtigkeit mit Nietzsche oder ohne also scheißegal wird jetzt ist wohl ich hab da bin ich bohle Lambo aber dass wenn er in die Hälfte die Hälfte und die Hälfte und die Hälfte Brotter die Karte soll dann der Kanzlerin holen ja auf jeden Fall plötzlich um in die Fliege vor mich Euro wird jetzt wird gedreht zwingt euch auch schneller wie der Lambo am Ende Ah ja, in der Höchstgeschwindel, in der Höchstgeschwindel, Anzug, die Viecher sind halt Anzug. Ich glaube, deiner schafft ja 380 oder so, aber schneller halt, wie meiner. 380 soll der Fährer nicht schaffen? Von Tino jetzt? Nee, garantiert nicht. Nee, 330, 340 glaube ich. So viel? Das schaffe ich mit Nitro. Meiner schafft grad so 300 glaube ich schafft meiner, wenn er... Also ich schaff 350 mit Nitro. Ich schaff 3,320 ungefähr. Mit Nitro oder ohne Krebs? Ohne schaffe ich glaube ich nur so 3,2 oder 3,5 oder so. Ja gut, 340 mit Nitro. Ohne Nitro. Ja, ohne Nitro. Ich bin jetzt ohne Nitro bei 3,14 ungefähr. Meiner schafft nur 3,5, also ich weiß nicht, wie es länger ist, aber 3,2 hat er erreicht. 3,21 ohne Nitro. Das ist krass. Das ist krass. Aber wann fährst du mal so schnell, sagt meine Oma immer. Jetzt gerade. Also 3,36 schaffe ich mit Nitro, mehr ist nicht drin. Hm. Da will er hier mit seinem Lambo wieder das Ding klären, der Sack, ey. Ja, ich hab noch gesehen wie die Nitro sind ist, Alter und es kommt trotzdem nicht voran. Ja, den Sprung den kannst du, ich glaub ich ihr schlecht machen. Gerade. Der war voll hier reingewaßt. Wer kommt da angewaßt? Teco, glaub ich. Die Viper. Die Viper. Viper, Viper, Viper. Randy, Bäume. Fuck! Da war ein Zug, ne? Keine Ahnung, war zu schnell, um oben was zu erkennen. Oh Gott, Gegenverkehr. Gar nicht gut, gar nicht gut, fuck it. Christ hat das auch erwischt? Ne, ne. Ich wurde das Monument. Jürgen Lins hat eine Schranke weniger. Oh. Jo, Lins Industriegebiet. Ah, hübsch, ich muss weiter. Ah. Hm? Seid ihr schon dort in Nähe, oder? Gleich. In Inkele. Oh, dieses Monument nehme ich mit. Das ist eben auch so schön am Rand. Klingt ja immerhin 2.000 Tacken, ne? 2.000 kriegt man nach? Jaja, ich hab immer nur auf die XP geachtet, muss ich sagen. Der Deko leckt hier vielleicht rum, ey. Ja, ich leck hier rum und du wirst auch in mich reingefahren, ey. Ja, du warst mal links neben mir, dann warst du rechts neben mir. Und dann warst du vor mir. Nur um wieder zu sagen, ich bin ich bin der Erste, wo bleibt ihr hin? Ne, wo ich nicht, ist der Sachse. Ich wollte aber eigentlich synchron mit ihm drehen. Aber das hat nicht funktioniert. Ich bin der Erste. Ja gut. Alle sind da und der Bob ist auch schon vorbei, so schnell geht's. Deswegen sehen wir uns auch im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Dämmchen da lassen, Videobeschreibung abchecken, dann findet ihr die anderen. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Puhh. Tschüss. Vielen Dank.